Den Ofen auf die höchste Stufe zwischen 250 und 300 Grad vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu ZF-Kreisen von ca. 25 cm Durchmesser ausrollen. Ein Klammeraufkreis auf eine bemehlte Pizzaplatte legen. Den Salbei-Wasche trocken schütteln und hacken. Den Salbei mit der Mascarpone und dem abgetropften Tufisch mischen. Salzen, Pfeffern und die Füllung wie auf S beschrieben auf dem Teig verstreichen. Die zweite Teigblatt darauf legen und